Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Denn erstens bin ich hier im Erzgebirge, da gehört dieser Gruß zum guten Ton. Und zweitens soll das eine ganz besondere Sendung werden für eine Moderatorenkollegin, die Sie alle kennen. Und so klingt es seit über 20 Jahren aus dem Arzgebirg. Glück auf, liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei uns hier in der Hutsenstube. Ich freue mich natürlich, dass ihr euch wohlfühlt in der Hutsenstube und dass es euch gefällt. Und euch allen hier im weiten Land ein herzliches Glück auf. Mit dem ganz herzlichen Glück auf grüße ich alle lieben Zuschauer in nah und fern aus unserem schönen Arzgebirg. Sie haben sie natürlich längst erkannt. Marianne Martin, die Stimme des Erzgebirges, wird heute 75 Jahre alt. Ich freue mich schon darauf, Sie nachher zu treffen und hoffentlich auch zu überraschen. Zu einer zünftigen Geburtstagssendung gehört natürlich auch fröhliche Musik. Damit wollen viele Musikanten aus dem Erzgebirge auch ihre Geburtstagsgrüße an Marianne Martin schicken. Los geht's mit einem Lied, das extra für Ihre Sendung, so klingt's bei uns im Arzgebirg, mal neu getextet wurde. Ruck mal an Zamm, also zusammenrücken, einhenkeln und mitschunkeln. Ruck mal an Zamm, den Zamm, den Zamm, es wird schon gehen, schon gehen, schon gehen. Ruck mal an Zamm, den Zamm, den Zamm, den Zamm, noch wird so schön. Ruck mal an Zamm, den Zamm, den Zamm, den Zamm, es wird schon gehen, schon gehen, schon gehen. So ein Jubiläumsgeburtstag ist ja immer ein willkommener Anlass, mal so ein bisschen zurückzuschauen auf das Leben des Geburtstagskindes. Und deshalb bin ich in dieser Sendung mit Wegbegleitern und Freunden von Marianne Martin verabredet. Und ich bin schon sehr gespannt, welche Geschichten da so ans Licht kommen werden. Neben mir sind jetzt zuallererst die Menschen, die Marianne am besten kennen. Ihr Mann Helmut, ihr Sohn Thomas Cornelia, die Enkeltochter und die Frau von Thomas, die Bettina. Thomas, wir Söhne haben ja immer so ein ganz besonderes Verhältnis zu unseren Müttern. Was schätzt du an deiner Mutti ganz besonders? Ihr Durchsetzungsvermögen in erster Linie. Dass sie sich eigentlich alle Wünsche, was sie sich fest vorgenommen hat im Leben, dass das alles aufgegangen ist, dass sie es durchgezogen hat. Und das macht mich unheimlich stolz eigentlich. Gibt es irgendwas, was ihr der Marianne nie vergessen werdet, Bettina? Gibt es da was vielleicht? Ja, eigentlich, dass sie in jeder Lebenslage fest zu uns gestanden hat. Ob gute oder schlechte Zeiten, Mutti hat ein offenes Ohr. Und das fanden wir immer toll. Cornelia, ist die Oma so eine richtige Bilderbuch-Omi, wie man sich das vorstellt? Also für eine Bilderbuch-Omi hat sie zu viel Power. Aber sie hat mir eine schöne Kindheit beschert, mit dem Opa zusammen. Gab es genügend Taschengeld so ein bisschen so nebenbei? Natürlich. Na super, da bin ich zufrieden. Sehr schön. Helmut, jetzt eine Gewissensfrage unter uns Ehemännern. Wann ist euer Hochzeitstag? Das ist wirklich eine Gewissensfrage. Für die Männer auf jeden Fall. Aber du wirst dich wundern, den habe ich nicht vergessen. Der ist am 12. und 13. August zweimal. Zweimal. Einmal kirchlich und einmal standesamtlich. Und das Jahr 1900? Uh, nachdenken, 55. 55? Ja. Boah, lass mich kurz rechnen. Das sind ja 55 Jahre, mein lieber Mann. Im August 55 Jahre. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt im Chor. Sie war in der Altstimme, ich war im Denor. Denor stand ganz oben hinten. Und sie hat nebenbei noch Ansage und so weiter gemacht. Und so habe ich sie eigentlich kennen und lieben gelernt, weil ich sie dann immer schön betrachten konnte, was das für eine schöne Frau eigentlich war. Sie stand ja immer vorne am Mikrofon dann. Also es war schon eine sehr schöne Zeit. Und so zurückblickend auf die 55 Jahre jetzt fast, was lieben Sie ganz besonders an Ihrer Frau? Das ist sehr konsequent. Das, was sie sich vornimmt, das macht sie, setzt sie durch. Nebenbei gesagt, können Sie wunderbar kochen. Oh, das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja, das möchte ich auch sagen. Also ich feiere in diesem Jahr meinen 20. ersten Hochzeitstag und ihr 55, mein lieber Mann. Das lässt ja hoffen. Ja, aber das schaffst du dich ja noch. Das schaff ich ja noch. Gut. Du wirst dich schon reinnehmen. Okay. Liebe Zuschauer, bevor jetzt der jüngste Musikant aus dem Erzgebirge Paul Schmiedl gemeinsam mit seinem Vater Jens ein Ständchen singt, hat nochmal Enkelin Cornelia das Wort. So, liebe Oma, das ist unser Gruß für dich. Papa und Opa haben hoffentlich richtig gezählt, dass es auch 75 Rosen sind. Und jeder einzelne von diesen 75 Rosen sagt ja, dass wir dich ganz doll lieb haben. Heit packt mal an, net zamm. Heit gitt's noch nette Ham. Sogung, wie heit ihr Leid, kommen immer zamm. Heit packt mal an, net zamm. Heit gitt's noch nette Ham. Sogung, wie heit ihr Leid, kommen immer zamm. Heit geht's schnell vorbei. Kommt, Leute stimmt mit ein. Heit wird's gemütlich hier. Und wir bleiben her. Eslam ist wunderschön. Man muss es bloß verstehen. A Ring muss Sonnenschein, gehirrt dazu, drum nutzt ma heit die Zeit und lasst uns fröhlich sein, denn er wär's lahm versteht, da ist's a froh. Es lag ich schnell vorbei, kommt Leitle stimmt mit ein, heit wird's gemütlich hier und wir bleiben hier, so gut wie alt, ihr leid, komm an irgendein Motor. Liebe Zuschauer, ihn brauche ich gar nicht weiter vorzustellen. Eberhard Hertel, schön, dass du dabei bist, sofort zugesagt hast, als Gratulant in unserer Sendung dabei zu sein. War für mich selbstverständlich. Wie lange kennst du Mayanne schon? Olaf, das liegt doch schon ziemlich lange zurück. Also in den 70er Jahren waren wir sehr oft zusammen bei Volksmusikabenden, volkstümlichen Abenden im Erzgebirge oder auch in der Stadthalle im damaligen Karl-Morch-Stadt. Standen wir oft gemeinsam auf der Bühne, wenn die besten Gruppen aus dem Erzgebirge, aus dem Vogtland dabei waren. Und so kennen wir uns, so haben wir uns kennengelernt. Und es war immer wunderbar, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Was schätzt du besonders an ihr? Was schätze ich an Marianne? Ich habe sie kennengelernt als bodenständige, immer nette und freundliche Kollegin, muss ich wirklich sagen. Dann professionell vorbereitet zu jeder Veranstaltung, zu ihren Sendungen, das wissen wir ja. Ja, und was mir ganz besonders gefällt, sie ist eine echte Arzgebirgsnudel geblieben. Das kann man nur so sagen. Eine Botschafterin ihrer Heimat, ihres Erzgebirges. Nun warst du ja viel mit Marianne unterwegs, dann lernt man ja einen auch so richtig kennen. Hat sie kleine Schwächen? Ich meine, jeder hat ja so eine Schwäche. Oh, kleine Schwächen. Also ich kann nur sagen, ich meine, eigentlich schweigt da der Gentleman. Aber ich glaube, unsere Marianne nimmt man das nicht übel. Wenn ich sage, sie ist immer eine Genießerin gewesen. Ach, das ist keine Schwäche, das ist doch was Tolles. Finde ich auch, finde ich auch. Also sie ist immer so ein bisschen, würde ich sagen, hin- und hergerissen gewesen zwischen Appetit und Diät. Wunderbar, sehr sympathisch. Und letztendlich hat immer der Appetit gesiegt. Ist doch richtig. Und da liegst du natürlich mit deinem Geschenk ganz richtig, denke ich. Ich denke schon. Also ich würde sagen, das ist ein Gruß aus meinem Vogtland, von meiner Familie, von meiner Elisabeth, von meiner Stefanie, von dem Stefan. Und ich sage nur, Marianne, alles Liebe und alles Gute zu deinem 75. Bleib so, wie du bist. Das macht sie auf jeden Fall. Und Eberhard, einen kleinen musikalischen Gruß noch hinterher? Ja, gerne. Na klar, einen schönen musikalischen Gruß, ein Ständchen von Eberhard Hertel für Marianne Martin. Du weißt am frühen Morgen nicht, wie der Abend wird. Wohin dich schon das Schicksal die nächsten Stunden führt. Vielleicht bist du den Träumen dann näher oder weit. Lebe jeden Tag, als würd's der Letzte sein. Such nicht nach grauen Wolken, greif nach dem Sonnenschein. Lebe jeden Tag, als würd's der Letzte sein. Lebe jeden Tag, als würd's der Letzte sein. Lebe jeden Tag, als würd's der Letzte sein. Und denk daran im Stillen, wie schnell die Zeit vergeht. Verschiebe nichts auf morgen, weil deine Uhr sich dreht. Lebe jeden Tag, als würd's der Letzte sein. Lebe jeden Tag, als würd's der Letzte sein. Lebe jeden Tag, als würd's der Letzte sein. Die Stimme deines Herzens war immer aber leis. Lebe jeden Tag, als würd's der Letzte sein. 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 Und mancher Traum verweht. Na, liebe Zuschauer, haben Sie die junge Dame hier erkannt? Das ist unser Geburtstagskind, Mayerne Martin, im jugendlichen Alter von 19 Jahren. 1936 zog ihre Familie von Chemnitz nach Thalheim. Da war Mayerne gerade mal ein Jahr alt. Der Vater hatte hier eine Anstellung als Strumpfwirker gefunden. Die Familie kam in diesem Haus hier hinter mir unter. Das war damals schon und ist bis heute eine Fleischerei. Mayerne Martin ist die zweitälteste von sechs Geschwistern. Und die achtköpfige Familie lebte in diesem Haus in ganzen zwei Zimmern. Aber auch im Leben von Mayerne Martin hat es traurige Momente gegeben. Auch wenn man das bei ihrer Frohnatur kaum vermutet. Ihre drei Brüder sind alle auf tragische Weise ums Leben gekommen. Zwei sind in der Zwönitz ertrunken und ihr ältere Bruder verlor sein Leben bei einem Flugzeugabsturz. Ihre Schwestern Christa und Hertha haben Anfang der 50er Jahre Thalheim verlassen. Sie leben heute in Heidelberg und Düsseldorf. Marianne ist als einzige immer hier im Erzgebirge in Thalheim geblieben. Das hier ist die Mädchenabschlussklasse Thalheim 1949. Und schon damals stand Mayerne Martin natürlich in der ersten Reihe. Ein paar Wochen nachdem dieses Foto entstanden ist, hat Marianne ihre Lehre als Feinstromfacharbeiterin begonnen. Im Oktober 1949 stand sie zum ersten Mal auf einer Bühne. Und die Luft da oben hatte es der jungen Stromfacharbeiterin gleich angetan. Erst sang sie im Ensemble drei Tannen mit, dann in der Erzgebirgsgruppe Thalheim. Seit Ende der 80er Jahre moderiert sie Programme mit verschiedenen Musikanten. Vor wenigen Monaten hat sie also ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum feiern können. Der nächste musikalische Gruß ist so etwas wie ein Heimspiel. Die Gruppe Schluck auf aus Thalheim singt Hier bin ich zu Hause. In erzgebirgischer Mundart heißt das Hier bin ich daheim. Hier, hier, hier bin ich daheim. Hier, hier bin ich daheim. In mein Hausgegück, hier bin ich daheim. Und für mein Hausgegück bin ich alles dran. Wenn ich mal um am Waldrand steh, dann guckst du in der Rund. De Bargewiesen, Waldo, geh bis zum Horizont. Du denk ich mir, jeder Mensch braucht zwei Stücke mit A. Und für mein Hausgegück, mein ganzes Herz hängt dran. Hier, hier bin ich daheim. Hier, hier bin ich daheim. Hier in mein Hausgegück, hier bin ich daheim. Und für mein Hausgegück will ich alles dran. Rude leit sich unter Hallen und steh am Gott zum Zaun. Und jeder kann im Nachbarn noch sein Schlüssel ververtrauen. Und wenn mal er nur Hilfe braucht, dann muss er nicht viel sein. Alle greifen gleich mit zu, ohne große Frage. Hier, hier bin ich daheim. Hier, hier bin ich daheim. Liebe Zuschauer, Marianne Martin, die Stimme des Erzgebirges und langjährige Moderatorin der Sendung, so klingt es bei uns im Erzgebirg, feiert ihren 75. Geburtstag. Und wir haben weder Mühen noch Kosten gescheut, haben Kleiderschränke durchsucht, in alten Fotoalpen und Archiven gestöbert und schließlich Menschen gefunden, die Marianne schon lange kennen. Das hier sind Mitglieder der ehemaligen Erzgebirgsgruppe Thalheim, der Marianne von Anfang an angehörte. Inge Hofmann, Irmthrad Köhler, Roland Rösler und Rolf Bayer. Glück auf! Glück auf! Ihr Lieben, die Erzgebirgsgruppe Thalheim, von wann bis wann existierte sie? Die Erzgebirgsgruppe Thalheim wurde 1961 gegründet. Dabei waren wir fünf Sänger, fünf Musikanten und der Mundarzt Sprecher Horst Kless. Horst Kless hat bis zu seiner Krankheit als Moderator durch das Programm geführt und nachdem übernahm das die Marianne Martin. Aha! Am 18.12.1988 hatten wir leider den letzten Auftritt. Es war noch einmal eine sehr schöne Veranstaltung, aber doch auch mit einem wehmütigen Hintergrund. Aber bleibt immer in fester Erinnerung. Bleibt immer in bester Erinnerung. Ja, genauso wie diese schönen Fotos. Wir haben ja ganz tolle Fotos hier. Wann sind die genau entstanden? Das Foto ist 1964 entstanden. Das weiß ich ganz genau, weil ich da gerade schwanger war. Und die Kostüme gibt es noch? Und diese Kostüme gibt es nicht mehr. Das war die Barbara-Uttmann-Tracht, die haben wir nicht mehr. Aber die anderen Kostüme existieren alle noch. Nun weiß ich ja, Sie waren eine reine Laiengruppe. Hatten alle einen Beruf? Wie war das zu vereinbaren im Leben? Das war schon schwierig. Schwierig, ja. Vormittag auf Arbeit oder teilweise auch zur Schichtarbeit gegangen und dann nebenbei noch singen. Es war manchmal wenig Freizeit. Es war schon nicht ganz einfach. Aber wir waren alle mit Freude dabei. Und jeder ist immer wieder gekommen zum Proben und zum Auftreten. Also es war schon eine schöne Zeit. War eine schöne Zeit. Jetzt geht es ja heute um Marianne Martin. Welche Stimme hat Marianne gesungen? Marianne hat den zweiten Sopran bei uns gesungen. Und zwar hatte sie eine sehr gute Stimme. Das kann man schon sagen. Und wir haben viel miteinander auch erlebt. Und ja, insofern war es mitunter etwas schwierig. Wir hatten ein Mikrofon und waren fünf Personen. Und Marianne rückte immer so ganz gerne ein bisschen in die Nähe des Mikrofons. Das war natürlich für die Irntraut nicht ganz einfach. Aber es hat gut funktioniert? Es hat gut funktioniert. Ja, ja. Es ging dann alles seinen Gang. Genau. Dann hoffe ich natürlich, dass ich Ihnen und den Zuschauern und natürlich auch Marianne Martin jetzt eine kleine Freude bereiten darf. Wir haben im Archiv eine Sendung von 1976 gefunden. Kump 3, bei uns ist warm mit der Erzgebirgsgruppe Thalheim. Kump 3, bei uns ist warm mit der Erzgebirgsgruppe Thalheim. Kump 3, bei uns ist warm mit der Erzgebirgsgruppe Thalheim. Atschi! Nur was hilft da, oder das, wenn du mich noch bissl hast. Nur was hilft da, oder das, wenn du mich noch bissl hast. Voneinander, was scheint, dann kann ich nicht bleiben. Atschi, glaub gesund, paar Stur und paar Stund. Voneinander müssen wir schreiten, doch kann ich nicht bleiben. Atschi, glaub gesund, schlug mehr noch paar Stund. Liebe Zuschauer, wir gratulieren Marianne Martin, der Stimme des Erzgebirges zum 75. Geburtstag. Und in die Schar der Gratulanten reihen sich jetzt diese charmanten Damen ein, die, das darf ich mal so sagen, selbst eine Legende sind. Die Chorlauer Nachtigallen. Glück auf! Glück auf! Meine Damen, schön, dass Sie sich noch extra mal für uns Ihre Kostüme angezogen haben. Sie waren ja viele, viele Jahre Stammgäste bei Marianne in der Sendung, so klingt es bei uns im Arzgebirg. Aber eigentlich kennen Sie doch Marianne schon viel länger. Eigentlich schon seit zwei Jahrzehnten als Sprecherin bei uns in der Gruppe. Aber noch länger, wir sind ja eigentlich schon Oldies der Volksmusikszene. Wir haben viele Veranstaltungen gemeinsam bestritten mit der Marianne. Und wie war Marianne so als Kollegin, als Moderatorin? Wie war das so, mit ihr unterwegs zu sein? Also Marianne war stets perfekt und korrekt und auch fröhlich und lustig. Es waren immer sehr, sehr schöne Veranstaltungen mit ihr. Und das hat auch ein bisschen auf uns mit abgefärbt. Also wir haben uns immer sehr wohl gefühlt. Aber wenn sie mit uns auf der Bühne war und das Publikum ganz klasse mitgegangen ist, wenn sie ihre Schnurrchen erzählte, die eine Schnurrchen nach der anderen, dann hat sie uns schon mal im Hintergrund ein bisschen vergessen. Denn wir haben ja unsere Auftritte auch absolvieren müssen. Ach so, da ging es mit ihr durch sozusagen, wenn die Leute gut drauf waren. Nicht immer, aber ab und zu schon mal. Na klar. Nun ist das ja hier eine Geburtstagssendung und da kann man sich schon mal was wünschen. Und ich wünsche mir jetzt, liebe Zuschauer, ein Ständchen für Marianne Martin. Live gesungen von den Tschollauer Nachtigallen. Ist das möglich? Wir machen das ganz gerne für dich, lieber Olaf. Und für dich, liebe Marianne. Eigentlich sind wir ja zu viert. Die Ulrike und die Uschi grüßen aus der Ferne. Und wir wollen dir ein kleines Ständchen bringen, was wir beide ein kleines vorbereitet haben. Fangen wir einfach an. Alles, alles Gute, was dein Herz begehrt. Gesundheit, Glück und Freude, gesundheit, Glück und Freude. Das sei dir stets beschert. Alles, alles Gute, was dein Herz begehrt. Gesundheit, Glück und Freude, gesundheit, Glück und Freude. Das sei dir stets beschert. Was vorbei ist, kehrt nicht wieder. Traurigkeit, die kränkt mich frei. Dort, wo klingen lustige Lieder, schleicht sich kaum und solch vorbei. Über Bayg und Hohl durch Walder. Na, sind's Freie, lasst uns singen. Lass uns wandern, lasst uns singen. Gottes Wald ist doch so schön. Schweden, Kanada, die Schweiz, alles Fanpost für Marianne. Ja, liebe Zuschauer, wer denkt, dass die Sendung So klingt's bei uns im Arzgebirg und Marianne Martin nur Fans im Eigenland haben? Der hat sich gewaltig geirrt. Wo immer auf dieser Welt ein Erzgebirger gelandet ist, da wird sehnlichst auf die Bilder und den Klang der Mundart aus der erzgebirgischen Heimat gewartet. Na ja, und wo der MDR nicht zu empfangen ist, da wird dann die Sendung auch schon mal per Videokassette hingeschickt. Die Mädels von der Erzgebirgsgruppe Ehrenfriedersdorf haben die Begeisterung weit weg von daheim gemeinsam mit Marianne Hautnah erlebt. Bei ihren Auftritten konnte Marianne sogar hier in Kanada die Leute für das Arzgebirg begeistern. Na das kann ich mir vorstellen, da war sie so richtig in ihrem Element. Und ich glaube, in Kanada denken alle, die Arzgebirgerin sei so wie die Marianne oder wenigstens wie mir. Ja, und das stimmt ja auch. Die alten Arzgebirgler, die da ein, die wollen immer fort sein, die vergessen ihre Heimat nicht. Na das stimmt. Na und wenn wir dann kommen und so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist und die schönen Lieder vom Kinder an tun und singen, na das, da die Tränen kollern, das ist kein Wunder. Das kann man sich vorstellen. Ja, und die Marianne hat sie ihren Auftritten im Ausland alle Leid mitgerissen. So, liebe Marianne, das ist unser Gruß. Wir gratulieren dir ganz herzlich und weil wir ja wissen, dass du so gern in deinem Ehrendorfer kochen essen tust, haben wir extra für dich eine Torte gebacken, wo die ganze Wald drauf ist, wo man sieht, wo du deine Fanpost her kriegst. Wir setzen uns zusammen aufs Canneby und hoffen, dass wir aufs Stegel abkriegen. Ei gehänkelt und mietgemacht, weil die Ewanett gleich hab. Miet gesungen und miet gelacht, so komm, 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 mal mit dir und zang. Für heute etwas später in der Monds Geschichte ist vorbei. Miet gesungen und mietgemacht, so komm, 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 mal mit dir und zang. Miet gesungen und mietgemacht, so komm, komm, mal mit dir und zang. Vom Erzgebirge in die weite Welt, das trifft auch für die Männer in den roten Strümpfen zu. Glück auf, die Randfechten. Glück auf. Schön, dass ihr da seid. Lange nicht gesehen. Ja, auch wiedererkannt. Auch wiedererkannt. Wie geht's euch? Gut, nach unserer Pause bereiten wir uns so langsam aber für unseren Neustart wieder. Wir drücken die Daumen. Danke. Freunde, es geht heute um Marianne Martin. Sie feiert ihren 75. Geburtstag und wir gratulieren alle. Wann und wo habt ihr sie eigentlich kennengelernt? Oh, das ist schon lange her. Das war 1997. Genau, da waren wir noch jung und knackig. Oh, ja, ja, ja. Und schlank. Und was war das für ein Auftritt? Bei der Sendung, so klingt es bei unserem Arzgebirge. Und da mussten wir in den See hinein. Also, um auf eine Insel zu kommen, mussten wir erstmalig unsere roten Strümpfe ausziehen, die wir natürlich drüben auf der Insel wieder angezogen haben. Also fast nackig sozusagen. So ungefähr, ja. Die Zuschauer, das schauen wir uns erstmal an. Von 1997, so klingt es bei uns im Arzgebirge. Das war wirklich ein schöner Ausschnitt. Was schätzt ihr an Marianne so besonders? Ja, der Marianne ist ja ein Urgestein des Erzgebirges. Sie hat sich schon jahrelang um Nachwuchsarbeit gekümmert. Davon haben nicht nur wir profitiert, sondern auch viele, viele andere Gruppen. Und wer so lange erfolgreich im Schuhgeschäft tätig ist, dem gebührt schon eine Anerkennung. Genau. Und deswegen, Marianne, ernennen wir dich hiermit zur Holzmicheline. Ja, sie lebt noch, sie lebt noch, sie lebt noch. Ja, sie lebt noch, sie lebt noch, stirbt nicht. Wunderbar. Aber ihr habt trotzdem noch einen richtigen musikalischen Gruß vorbereitet. Ja, und jetzt kommt Heidromer das Waschbrett auf. Es war feisch und früher zu, in der alten Zeit. Wenn's eben gemütlich war, ja, du gubst kein Halt. Wurde Zawanz aufgedrungen, das Waschbrett auf dem Knie. Und du ist geklimpert worden, weit bis in der Früh. Heidrom, was ist das Waschbrett an? Es geht auf die Tische nacht. Und er wird tot damit, der ganze Saar. Nur spiel mir wundere Hits, aber wenn der Michel schwitzt. Du musst so Hitze durch, das ist egal. Du wart getanzt, gelacht, so richtig mitgemacht. Und es ist überall ein Kussgewirr. Heidrom, was waschbrett auf? Du nimmt doch uns ein Lauf. Ja, so ist alle haben bei uns im Arzt gefeiert. Ach, mein Ohm hat früher sich mit den Ding geplobt. Heid rumpelt der Waschmaschie, ja, du gibst kein Proben. Doch wenn wohl gefeiert wird, ist es heid nur Sitt. Wird das Waschbrett für gehüllt, und alle machen mit. Heidrom, was waschbrett auf? Es geht auf die Tische nacht. Und er hat tot damit, der ganze Saar. Nur spiel mir wundere Hits, aber wenn der Michel schwitzt. Du musst so Hitze durch, das ist egal. Du wart getanzt, gelacht, so richtig mitgemacht. Und es war überall ein Kussgewirr. Heidrom, was waschbrett auf. Du nimmt doch um sein Lauf. Ja, so ist halberhand bei uns im Arzt gefeiert. Liebe Zuschauer, und das sind die nächsten Gratulanten für Marianne Martin. Dirk Suchanek und Thilo Mayer von den Bergsängern Geier. Männer, ihr seid ja sehr oft bei Marianne zu Gast in der Sendung, so klingt es bei uns im Arztgebühr. Aber ansonsten arbeitet ihr auch sehr intensiv mit Marianne zusammen. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es gibt viele gemeinsame Auftritte. Wir stehen zusammen auf der Bühne. Sie moderiert, wir singen. Und darüber hinaus schreibt sie viele neue, schöne erzgebirgische Texte. Und die Themen? Ja, das sind in erster Linie die Natur, da geht es um die Heimat, ums Wandern. Und wir freuen uns dann immer, wenn ein Fax zu uns kommt und wir draus eine Melodie machen können. Nicht nur das Wandern wird beschrieben, auch die Mundart liegt ja ganz besonders am Herzen der Marianne. Und so sind viele Sachen entstanden. Eins möchte ich hervorheben, das Kindertanzspiel Zeit der Tausend Lichter. Da werden kleine Kinder dazu animiert, Mundart zu lernen, zu sprechen und zu hören. Und Marianne versetzt Berge, um solche Sachen möglich zu machen. Sie geht zu Sponsoren, versucht sie dafür zu begeistern. Und wir sind dankbar, dass wir sie so für unsere Erzgebirge haben. Männer, ihr habt ja nicht schon sonst euer Habit angezogen. Ihr habt einen ganz tollen musikalischen Geburtstagsgruß vorbereitet. Eine Weltpremiere. Richtig, du hast recht. Eine Uraufführung quasi. Wir haben es so gemacht, wie vorhin es beschrieben. Einen ihrer vielen Texte vertont. Und daraus ist ein wunderschönes Lied geworden. Text, Marianne Martin, Thilo. Und die Musik von den Bergsängern aus Geyer. Und der Titel ist wirklich passend. Er heißt, Das heißt, So viel wie Da gehörst du hin. Dort, wo de Barg voll Walder sei, Do wie ich da ham. Es rauscht der Wald, sei altes Lied. Es führt mich durchs ganze Lahn. Der Wind, der säuselt mir ins Ohr. Dei Wurzeln, die sei hier. Vergass das nie, wo du abist. Du hier geherrschte hier. Vergass das nie, wo du abist. Du hier geherrschte hier. Im Arzgebirg durchs Seideleid. Ne Afach racht grob draus. Bobad barodeleid geprägt. Trinkt links noch heit Glück auf. Es braucht unwert noch heit gepflegt. De Tradition ist schee. Vergass das nie, wo du abist. Du hier geherrschte hier. Vergass das nie, wo du abist. Du hier geherrschte hier. Du hier geherrschte hier. fremde Land du merkste bald du's kasnet sei zieh dich ins Haar mit Land der Eltern holm's dir beigebracht vergasste Haar mit Ne vergasste Haar mit Ne denk immer dran wo du ja bist du hier geherrschte Vergasst du's nie wo du ja bist du hier hier geherrschte hier vergasst du's nie 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 wo du ja bist du hier geherrschte hier du hier geherrschte hier du hier geherrschte hier leute liebe Zuschauer marianne martin feiert ihren 75 geburtstag und da kann und muss man auch mal über dinge sprechen über die sie gar keine großen worte verliert denn sie nutzt ihre popularität um menschen zu helfen ich bin hier in talheim im heimatort von marianne zu gast bei peggy und lutz gerschler und unserem sonnenschein selina sonnenschein und sorgenkind zugleich lutz warum so ein kind selina leidet an einer spastischen tetraparese das ist eine lähmung die die ganzen gliedmaßen betrifft und da gibt es eine behandlungsmöglichkeit die sehr erfolgversprechend ist diese therapie kommt aus ungarn ist eine ganzheitliche therapie und wird halt von den krankenkassen nicht bezahlt und wir können uns diese therapie nicht leisten darüber hat aber dann ein journalisten der zeitung geschrieben ihr habt kein geld dafür sie ist auch teuer es kostet richtig geld um selina zu helfen was passierte dann ja es ist dann artikel in der zeitung erschienen und marianne hatte sich dann bei uns telefonisch gemeldet und hat gefragt ob sie vorbeikommen kann wir haben dann sie eingeladen und sie ist dann vorbeigekommen wir haben dann erzählt wie es damit sich damit verhält und sie hat dann gesagt macht euch keinen kopf ich kümmere mich und sie hat dann ein spendenkonto eröffnet hat die schirmheureschaft davon übernommen und dann das können wir jetzt die therapie davon marianne hat sich gekümmert hat sie im wort gestanden wie oft war selina schon in behandlung jetzt sechsmal sechsmal was meint ihr hat es bisher erfolg gebracht hat es was gebracht ja es hilft selina sehr und sie kann auch in diesem jahr eingeschult werden auch eine körperbehindertenschule und ohne marianne martin wäre das alles nicht möglich gewesen muss man an dieser stelle schon mal sagen und da möchten wir uns auch ganz herzlich bei marianne martin bedanken und ebenso bei allen spendern wir sind glücklich über die anteilnahme die wirklich sehr zahlreich war und ja liebe marianne martin herzlichen glückwunsch zum geburtstag von uns allen und ich hoffe wir haben richtig getippt auf dein lieblingslied es ist eines von andon günther bilder nicht ein bilder nicht ein bilder nicht ein bis mehr der mensch kass werte nicht sein kuss oder knapp arm oder reich denn aufhang und wenn end seien wir alle zusammen gleich hat und wald busch und warms blühe und kraten der fügel jetzt hier der fügel jetzt hier des wiesel oder srasel was und an himmel zelt krabbelt und blüht von meinem und von toll klingt das uralte lied bilder nicht ein bilder nicht ein bilder nicht ein bist mir mensch kass wettel nicht sein kuss oder klar arm oder reich wenn aufhang und wenn end seien wir alle zusammen gleich liebe zuschauer jetzt wird's richtig spannend wir haben ja schon so viel über marianne martin erfahren und ich freue mich jetzt sehr darauf sie endlich zu treffen marianne denkt ich würde mit ihr gleich ein kleines interview führen für ein musikjournal zum 75 geburtstag natürlich aber ich habe stattdessen ein paar überraschungen für sie im gepäck als erstes einen geburtstagsgruß einer moderatoren kollegin die sie sehr schätzt den habe ich hier und außerdem versammeln sich gerade still und heimlich und ganz leise noch ein paar gratulanten hinter dem haus das bergmusikur glück auf oesnitz nimmt schon mal aufstellung für ein zünftiges ständchen viele freunde sind auch da marianne ist dort oben in der maske und bekommt hoffentlich nichts davon mit ich werde sie dort oben jetzt besuchen unter dem vorwand das eine oder andere mit ihr noch abzusprechen mal sehen wie sie auf unsere überraschung nummer eins reagiert da komm schon noch dorthin wo wir ihn wollen hallo liebe marianne na sie sehen aber toll aus wunderbar alles bestens ich würde gerne noch mal ein paar sachen durchsprechen für unser gespräch dann könnte mich ja so einiges noch interessieren wunderbar wie weit seid ihr soweit gut gut da nehme ich mal hier platz dann haben wir noch ein bisschen zeit wunderbar also marianne mich würde natürlich interessieren gibt es denn jemand im deutschen fernsehen oder überhaupt so jemand den du sehr schätzt als kollegen und vielleicht auch so eine moderatorin die art zu moderieren eine sendung zu gestalten gibt es da jemand oh ja ja also mein ganz großes vorbild schon von jeher ist eigentlich die korelin reiber aha da warst du aber jetzt zu gucken hast du die mal kennengelernt getroffen irgendwo nein ich habe sie noch nie persönlich nur übers fernsehen also übers fernsehen aber wie haben sie getroffen warte mal auf ach das gibt es doch ach das kann doch nie was liebe marianne martin was für ein glück dass es fernsehen gibt denn so haben wir uns kennengelernt obwohl wir uns persönlich noch nie begegnet sind aber das wird sich ändern begegnungen sind oft sternstunden in unserem leben und darauf freue ich mich dann kann ich ihnen nämlich persönlich gratulieren aber zunächst auf diesem wege die herzlichsten geburtstagsgrüße ich schaue mir immer wieder gerne ihre sendungen an und ich habe erfahren sie sich auch meine und wir beide haben ja ein gemeinsames anliegen auf dem bildschirm nämlich zu zeigen wie schön wie liebenswert unsere heimat ist und das machen sie ja bereits seit 18 jahren mit größtem erfolg für den mdr so klingt es bei uns im erzgebirge liebe marianne ich wünsche ihnen alles alles gute und benutze jetzt ein zitat ihres heimatdichters anton gönter das leben ist ein bücherl der herrgott schreibt hinein zeile um zeile so viele blätter das sein ich wünsche ihnen von ganzem herzen dass der herrgott noch viele viele seite in ihrem lebensbüchlein zu beschreiben hat bleiben sie gesund glücklich und feiern sie jetzt richtig fröhlich im kreis der familie und der freunde ihre caroline reiber danke caroline ist das gelogen die erste überraschung super schön aber die caroline hat uns ein gutes stichwort gegeben mir ein gutes stichwort gegeben sie sagt so eine richtige feier das funktioniert nur mit einer richtigen party ein jubiläum muss man mit einer party starten und ich würde mal sagen da lade ich dich liebe marianne in den garten ein wollen wir mal in den garten gehen komm mit alles liegen lassen du liebe zeite los geht's da kann ich nur noch eins sagen im namen aller zuschauer glück auf marianne martin hat doch nicht was ich war nicht ist es nicht schön ach das gibt es doch nicht ja ich habe das nicht ich werde nichts sagen machen wenn ich mich auch hier mal ja und ich bin nicht ich bin ich bin ich bin Wahnsinn, das kann es nicht gar nicht. So, na so, komm, laschen. So, dann können wir ja einfach dieses Bild machen. So, dann können wir ja einfach dieses Bild machen. Vielen Dank.